So saftig frisch, ein lecker Fisch. So, kommt auf den Tisch, meine werten Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück to the forest. Da sind wir wieder. Ja, mir die Axt. Dankeschön. So, weiter geht es. Neue Session, neuer Spaß. Wir räumen mal hier eben ein bisschen auf. Wie ihr seht, hier wachsen Sachen nach. Ich dachte, das geht nicht, aber es wachsen Sachen nach. Ist es nicht fantastisch? Wahrscheinlich braucht das natürlich ein Jährchen, sag ich mal. Aber das ist sehr gut. Da müssen wir halt mal hier ein bisschen aufräumen. Damit wir dann auch Platz haben, versteht sich. Wir wurden eben schon besucht wieder. Da war die Aufnahme noch nicht an. Versteht sich, kennt man ja. Na komm schon. Oder Tim Gap. Dankeschön. Und haben in der Hinsicht, ich hoffe jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe. Das waren noch ein paar. Aber ja. So. Räumen wir mal ein bisschen auf. In unserem schönen Bauunternehmen hier. Haben wir nämlich schön gebastelt. Ich habe ein bisschen weiter gebaut. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Ich war im Überlegen, ob wir uns noch vielleicht so eine schöne Terrasse machen. Ja. Also ich meine, wir haben da echt viele Möglichkeiten, was wir machen können. Deswegen. Das ist schon alles ganz cool. Und du hast anscheinend wieder irgendjemanden gesehen. Gehen. Achso. Da kommt wieder einer gucken. Ja, ja. Du machst das schon. Und. Oh. Jetzt kommen aber nicht so hier zu mir. Ja. Ich sehe es ja. Es ist ein Einzelner. Lass ihn ruhig. Ist vielleicht ein Speer oder so. Was soll's. Kein Problem. Solange er uns drinnen die Hütte nicht abreißt, habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem. Wir werden auch gleich nochmal Vorsitzende speichern. Es wird ja eh bald wieder dunkel. Lecker, lecker. Was ist das? Schlafgabe? Oder? Ey. Frau ist durch. Dankeschön. Geht doch. Oh Gott. Genau das meine ich. Was machst du denn? Hau ab. Das ist die Problematik, wenn wir manchmal Freundinnen näher haben. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Wir haben ja so ein Vertrauenssystem. Und deswegen, ähm, das wäre schon ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen doof. So, schaut mal. Das sieht doch schon mal schick aus, ne? Und es wachsen wirklich neue Bäume. Also das System hat es irgendwie drinnen, dass neue Bäume wachsen. Und ich glaube, das letzte Mal hatte ich mich sogar vertan. Weil es, äh, da ging es ja darum, ob überhaupt neue Bäume wachsen. Ja, das war eine Einstellungssache, ne? In The Forest 1. Ihr müsst verzeihen. Es ist halt schon echt lange her. So. Ich würde nämlich gerne, wenn es geht, irgendwie... Ich weiß zwar nicht, wie wir es hier machen können. Muss ich dich hier dran legen. Und dann... Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Sollten wir das ein ausweiten? Wir könnten, ne? Ich will... Sonst nehmen wir einfach halbe. Hier, werden wir uns einfach so ein schönes, äh, ne? Werden wir hier. Sieht doch schon gut aus. So. Das will er so nicht nehmen. Da müssen wir mal gucken. Macht daraus mal bitte halbe. So. Und dann nimmt er nämlich den hier und den hier. Und dann sieht das nämlich auch schöner aus, wenn wir nämlich hochgehen möchten. Sehr gut, sehr gut. Äh, hi. Ähm. Mal eben hier hingelegt. Erkennt er das denn, wenn die nicht liegen? Ich glaube nicht, ne? Hi. Hi. So. Mal eben halbieren. Zack, zack. Warum können wir... Ah, doch. Es geht. Ich wollte gerade sagen, warum können wir denn da keinen dran legen? Da geht wahrscheinlich nicht. Dessen bin ich mir auch bewusst. Das ist auch nicht schlimm. Und dann können wir hier schon mal einen hochlegen. Huch. Hast du den jetzt wieder geklaut? Sehr gut, Calvin. Du bist unser Mann hier. Ach, herrlich. Einfach nur herrlich. So. Dann machen wir hier oben zu. Einmal. Und zweimal. Zack. Sehr schön. Ja, du machst das super. Du machst das schon, mein Junge. So. Schön. Dann können wir nämlich hier draußen noch schön etwas hinbasteln. Hm. Das heißt, das hätten wir fertig. Ähm. Die können wir eigentlich abnehmen. Da ist natürlich die Frage, wollen wir hier links und rechts eins bauen und dann überdachen? Aber ich glaube eher nicht. Ne? Ne? Ich glaube nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall, damit wir es auch richtig machen. Einmal hier die Seite. Ja. Und natürlich, es darf nicht fehlen. Einmal die andere Seite. Das Bausystem ist halt einfach der Shit. Es ist einfach gut. Es ist einfach richtig gut. Und es macht halt extrem viel Spaß. Also mir bereitet es eine Menge, Menge Spaß. So. Nehmen wir euch mal mit. Ist natürlich ein bisschen weggerodet, ne? Hat Vorteile. Sieht vielleicht nicht so schön aus. Aber dann können wenigstens die Eingeborenen nicht zu uns hier hochklettern, ne? So. Dann werden wir nämlich in alle Himmelsrichtungen. Wie schon gewollt und auch gedacht. Was schönes da bauen. So. Den klau mir bitte nicht. Weil wir machen daraus noch einen halben. Und dann ist nämlich hier auch zu. Et voila. Sehr schön. Hier konnten wir ja nicht irgendwie an die Kante setzen. Dann nehmen wir dich auch weg. Weil das sieht ja da sonst so aus. Und hier ging das ja auch nicht. Warum auch immer, ne? Ja. Okay. Aber hier werden wir es lassen. Schön. Schön. Kann man hier so einen halben hinlegen. Damit das einfach so ein bisschen schicker aussieht, sag ich mal. Ich hatte auch geguckt. Ihr wisst, wir hatten hier so Wandfackeln dran, ne? Ob das irgendwie Feuer fängt. Nein, tut es nicht. Bin ich ja auch ehrlich gesagt ganz froh drum. Ja. Das sieht doch gut aus. Was sagt denn die Uhr? Haben noch ein bisschen Zeit. Neue Anleitungen verfügbar im Inventar. Ja. Werden wir uns noch angucken. Ich denke mal, die halben legen wir hier mal hin. Und dann brauchen wir nämlich noch ein paar Bäumchen. Müssen wir mal gucken, welche wir nehmen. Ich meine, wenn sie je nachwachsen, ist das ja völlig egal, welche wir haben wollen, oder? Was trittst du denn da wieder? Da einmal bitte in die Richtung. Danke dafür. Ich nehme mal direkt mit. Du bist ja nicht so groß. Yes. So, und heute haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Da werden wir natürlich in die nächsten Höhlen gehen, versteht sich, ne? Aber ich denke mal, das konntet ihr von alle euch denken, dass das nachher wieder losgeht. Hi. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Noch einmal rüber. Zack, zack. Mal rüber. Ja, Calvin. Guck mal, so geht das. Hat halt einfach wirklich böse einen abbekommen, ne? Deswegen. Da kann man ihm eigentlich nichts sagen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Eigentlich passt mir das schon so ganz gut, wie sie stehen. Da müssen wir nicht unten etwas drumherum bauen. Das heißt, wir haben in jeder Himmelsrichtung so ein schönes Ding. Ähm, wir könnten hier einen hinlegen. Dann könnten wir das ein bisschen separatieren. Aber hier wäre doch eigentlich netter, oder? Wenn wir das so und so machen. So nach dem Motto. Dass wir hier dann hochgehen. Wir könnten es auch auflassen. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht sonst auch Stücken Zäune machen können. Das wäre noch richtig schick. Hm, hm. Ja, wie ihr seht, ne? Wir haben viele Optionen. Und wir haben noch in der Hinsicht viel zu tun. Wir müssen auch noch Fenster und so machen. Oben werden wir mal zumachen. Das wird ja dann unsere neue Lagergrube, sag ich mal. Da werden wir mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Aber jetzt wird es gleich wieder duster. Deswegen werden wir hier mal eben kurz die ganzen Baumstämme, die wir haben, noch verbraten. Und dann machen wir uns nämlich hier so eine richtig, wirklich schicke Hütte. Wo wir 100 Tage oder länger leben dürfen. Ähm, ja. Ne, ich meine Survival. Klare Sache. Survival. Na, da müssen wir eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ob wir Harz haben, uns wahrscheinlich neue Pfeile drucken lassen. Das müssen wir machen, weil wir hatten ja in letzter Zeit oft geschossen. Da können wir gleich mal kontrollieren, wie viele wir eigentlich davon noch haben. Aber dann machen wir nämlich hier noch zu. Sehr gut. Bei. Können wir das auch von hier machen? Ne, da gibt es uns keine Option irgendwie. Warum auch immer. Das heißt, wir laufen hier einmal schön einmal rum. Und noch einen. Yes. Achso, da ist ein halber hier. Den brauchen wir nicht. Wir nehmen nur die ganzen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar, ähm... Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. So. Zack, zack. Das sieht ja schon schick aus. Muss ich ja schon sagen. Und dann könnten wir hier überall oben ein Fenster reinbauen. Also es ist schon... Es ist schon nett. So. Wir gehen aber erst mal schlafen. Das heißt, einmal ausruhen. Fleisch, glaube ich, haben wir noch im Inventar. Dann können wir auch direkt hier speichern. Wir nehmen dich. Weil das leben ja noch alle. Mir ist schon zu Ohren gekommen. Wir sollten wirklich aufpassen, was wir machen. Weil, ja, wenn sie sterben, dann sind sie wohl tot. Zumindest so laut dem Motto, was ich jetzt so gehört habe. Hast du da einen Hasi? Du hattest einen Hasi. Verstehe. Alles klar. Ja, ich weiß. Du willst wieder, dass ich mitkomme. Aber du, ich passe erst mal. Hier haben wir natürlich noch ganz viele Knochen. Wir bräuchten eigentlich noch ein Knochenlager. Oder wir bauen mal endlich etwas aus Knochen. Aber dafür müssen wir erst mal komplett umbauen. Aber jetzt werden wir erst mal hier ein bisschen futtern. Na, komm schon. Ja, dunkel. Wir haben Hunger. Ja. Ja. Das lecker Fleisch. Ja, wir können, äh, wir werden nicht vergiftet. Äh, es sind viele Sachen, die wir aus dem ersten Teil kennen, die hier jetzt noch keinen Einfluss haben auf uns. Ich denke mal, die werden noch Stück für Stück reinkommen. Es gab auch jetzt schon ein paar Fix-Patches. Also, das Spiel nimmt es da schon dann irgendwann sehr genau. Mh, finde ich ja auch, ehrlich gesagt, ziemlich cool gemacht. Mh, ja, lassen wir uns mal überraschen, was sonst noch alles kommt. Oh, ich sehe schon. Schon wieder ordentlich Wind, ne? Äh, sollten wir das da oben? Doch, ne? Sollten wir. Doch, doch, doch. Machen wir. Ja, wir bauen das oben eben zu Ende, damit es steht. Und dann gehen wir, gehen wir nochmal in die nächsten Höhlen, versteht sich. So, du rattelst da direkt wieder ran. Ja, doch ordentlich. Genau, mach den mal direkt platt. Einmal eben aus dem Weg, damit ihr auch nicht runterrollt. Zack. Ähm, und durch hier. Weil, wir wollen ja auch noch mehr Gegenstände haben, ne? Ich meine, das Bauunterfangen letztendlich dahinter, das ist ja optional. Aber ich möchte ja natürlich auch mit der Geschichte weitermachen. Weil in The Forest 1 ist es ja so gewesen, dass wir zwar das Spiel durchspielen konnten, dann hatten wir auch alles erkundet. Und dann durfte man sich ja, glaube ich, entscheiden, ob man weggeht oder hier bleibt. Oder irgendwie, auf jeden Fall konnte man weiterspielen. Das war ja, das war ja ganz cool. Was bringst du mir da, Leckres? Bären. Oh, dankeschön. Das ist aber lieb von dir. Dankeschön. So. Ähm, deswegen müssen wir halt mal gucken. So, ich will mal eben schauen. Wenn wir hier drüber gehen und eins drücken, dann haben wir das jetzt auf der 1 ausgerüstet. Richtig? Ja, so ist es. Nice. Die haben es wirklich gemacht. Es kam ein, ein ziemlich schneller Patch, muss man dazu sagen. Ähm, der, ähm, uns, äh, sag schon. Der, der, der halt, äh, uns Hotbars gegeben hat, ne? Also, ist schon cool gemacht. Nice. Jetzt haben wir die Axt immer auf der 1, falls mal was ist. Und da können wir uns natürlich, ich glaube, 1 bis 9 oder 1 bis 5, müssen wir gleich mal gucken, wie wir es machen, können wir uns alles zurechtlegen. Das finde ich ja schon sehr cool. Wollen wir mal eben gucken gehen. Ja, wir haben ein bisschen Tinte, ne? 100 Stück. Wenn wir hier den Bogen 2 machen, dann haben wir ihn jetzt auf der 2. Ist das nicht gut? Äh, was wäre noch wichtig? Ich meine, gut, die Medizin wird mal 9. Ja, also 1 bis 9 geht. Herrlich. Was möchte man denn mehr? So, und dann werden wir nämlich hier oben jetzt noch ein bisschen weiter bauen. Damit wir dann auch, ich sag mal, das erste Projekt erstmal in der Hinsicht abgeschlossen haben, ne? So, zack, zack. Ihr kommt mit. Und dann werden wir hier noch in aller Ruhe ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, schöner bauen. Ist vielleicht das falsche Board. Wir werden es uns angenehmer machen. In dieser ersten Season. Ist ja quasi gesehen die erste Season. Ich gehe stark davon aus, also ich muss wirklich sagen, ich gehe sehr stark davon aus, dass ich das Spiel so oder so öfter spielen werde. Weil es mir so gut gefällt. Aber natürlich, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert zwischen Bauen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wiederum, ähm, das erkunden. Aber wer weiß, was es noch alles gibt. Wir kriegen ja noch Waffen, haben wir gesehen. Eine Shotgun könnten wir der Virginia geben. Und, äh, ich möchte gerne mehr Hinweise noch finden. Weil das hat ja alles damit zu tun, wo bist du? Links oder rechts? Oder wo bist du? Ich will jetzt so gerne da einfach was rüberschmeißen. Dann treffen wir sie oder so. Deswegen schmeiße ich die jetzt so einfach mal rüber. Äh, ach, da bist du. Hast dich ja teleportiert. Ähm, deswegen, äh, Hinweise über die Geschichte. Was hat es jetzt eigentlich mit Timmy auf sich und so, ne? Ich meine, Timmy hieß ja unser Sohn. Ähm, die Artefakte. Also, das, das wird schon alles sehr spannend. Das wird schon alles sehr spannend. Oh, Vorsicht. Klatsch. Ich bin doch tot. Ist ja alles sehr spannend. Aber machen wir gleich mal. Wir gehen gleich mal noch ein bisschen durch die Höhlen. Und gucken uns da ein bisschen um. Und dann wird das hier funktionieren. Können wir noch mal ein bisschen auf Loot-Tour gehen. Brauchen wir halt noch ein paar Regale. Die könnten wir eigentlich schon mal basteln. Wenn da oben halt jetzt, äh, ich sag jetzt mal zu wäre. Also, da müssen wir halt mal gucken, ne? Machen wir hier mal zu. Dann könnten wir uns da ein paar Wattregale reinstellen. Und, äh, somit können wir halt noch mal unser Inventar leeren. Was ja, finde ich persönlich, sehr, sehr gut aussieht. Also, ich meine, wir sind ja doch sehr erfolgreich. Gerade beim Looten. Wir haben also eine Menge Stuff. Ich weiß zwar noch nicht so ins Geheimen, ähm, was wir damit alles machen können. Ähm, hoch, wo willst du dat denn hinlegen? Warte, dat denn jetzt hingelegt? Achso, das ist hinten noch runtergefallen. Ähm, aber ich glaube, da werden wir uns dann früher oder später mit auseinandersetzen. Ne? Das ist ja... So. Achso, ihr seid halbe, ihr seid ganze. Hi! Ich finde das so cool gemacht mit diesem NPC, ne? Das ist so schön gemacht. Das da oben werden wir auflassen. Hier werden wir noch zumachen. Und sind wir ehrlich, die Palisade, so cool die auch ist, Wir brauchen sie jetzt in der Hinsicht erstmal nicht, ne? Wir können... Also, es ist toll, dass wir die Feinde natürlich, ähm, verjagen können, quasi gesehen. Dass die nicht einfach überall reinkommen. Aber es ist... Aktuell geht es gerade, ne? Es sei denn, es kommt wieder so eine riesige Horde. Da weiß ich auch noch nicht, was wir dagegen machen. Aber Pfeil und Bogen hat sich auf jeden Fall bewährt. Das wollte ich damit sagen. Also, Pfeil und Bogen ist halt einfach der King. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dich noch mitgenommen, dich noch mitgenommen. Genau, dann haben wir nämlich hier auch mal endlich so eine Lücke, wo wir was machen können. Dann können wir auch direkt hier mal eben kurz links und rechts ansetzen. Weil dann ist der Weg nämlich kürzer. Wir laufen ja immer die ganze Zeit hier um Wege. Selbst Calvin läuft um Wege. Ach. Und dann müsste man natürlich noch geradeaus hochlaufen. Und dann wäre das auch kein Thema. So, dahin, dahin. Ja, weil der Weg ist halt einfach kürzer. Können wir hier ein paar wegnehmen. Wir wissen ja, dass die wieder zusammengefügt werden. Dass keine Spitzen sind. Und dann können wir die Palisade dann vielleicht irgendwie nochmal schön neu bauen, sag ich mal. Können wir vielleicht die ein bisschen größer bauen, ein bisschen kleiner bauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, das System. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass wir ja letztendlich auch noch Fallen haben. Mit denen wir noch gar nicht gearbeitet haben. Ja, müssen wir uns halt mal ein bisschen angucken. Und jetzt machen wir eben alles zu. Eins, zwei. Und sobald das Häuslein dann ein bisschen steht, dann gucken wir mal, was wir noch so ablegen können an Sachen. Und dann sollte das richtig gut funktionieren. Oh, was ist das denn hier? Da kommen die Enten ja immer durch. Durchs Haus, jawohl. Dann nehmen sie richtig Anlauf. Wäre natürlich lustig, wenn wir dann ganz viel Fleisch hätten. So. Jetzt haben wir hier aber auch eine Bresche. Eine Bresche. Eine Bresche reingeschlagen. So. Und dann hier noch eben die Seite. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil das mit den Türen, finde ich, ja, finde ich nicht gut. Bin ich ehrlich. Das mit den Türen, finde ich nicht gut. Und, ähm, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Also, da werden wir die Türen wahrscheinlich einfach auflassen, weil wir können uns eh nicht verstecken. Wir müssen uns ja wehren. Es ist ja nicht so, dass die Eingeborenen kommen und sagen, ja, okay, wir lassen dich jetzt in Ruhe. Sondern die werden uns ja alles abreißen, bis der Punkt gekommen ist, ähm, dass wir uns ihnen gestellt haben. Ne? Verständlicherweise. Boah, wir könnten hier oben aber auch so einen wunderschönen Balkon noch machen, ne? Ah, da hätte ich auch schon Bock drauf. Warte mal. Gib mir mal den hier. Stell den mal bitte da hin. Ja, 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 ja. Ja, da hätte ich ja auch noch Bock drauf. Du bitte da hin. Das werden wir hier noch schöner machen. Also, richtig schön. Ja, ja, ja. Da haben wir nämlich so eine wundervolle Aussicht. Deswegen, da müssen wir halt mal gucken. Oh, er ist natürlich fleißig hier am weitersammeln. Das ist auch gut so. Einmal hier hin, einmal hier hin. Ja, ich weiß, du kennst den Weg nicht hoch, außer die Treppe. Aber das wird schon. So, einmal hier nochmal hoch. Dann haben wir nämlich den schon fertig und den hier fertig. Ich sag jetzt mal, wir werden noch ein Stündchen bauen, ne? Also, würde ich jetzt einfach mal drauf tippen. In dieser wunderschönen Welt. So, dann lass mal hier reinhacken. Dann kann er auch gerne in die Richtung fallen, wenn er es hinkriegt. Uns fehlt gerade ein bisschen die Ausdauer. Fehlt doch gerade so ein kleiner Snack. Mal hier so ein Snack. Ah, lecker. Mutantenrüstung ist noch stabil. Geht gut aus. Der Baum fällt. Nämlich gegen den anderen Baum, den ich jetzt richtig gesehen habe. Und das ist natürlich das Beste, was wir machen können. Da müssen wir auch nicht so lange laufen. Ah, der fällt jetzt auch noch. Vorsicht, passt bitte auf, Virginia. Okay, ich bin so froh, dass er da jetzt mal unverwundbar ist. Wir erschlagen uns ja gerne selbst, ne? Das haben wir auch schon festgestellt. So, dann einmal hier rüber. Werden wir dich auch noch mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Hacke, hacke. Der ist, oh, der fällt. Ne, der fällt gut. Der fällt gut. Der hat jetzt gerade schon das. Okay. Gut, dann hat nämlich der Calvin noch was zu tun. Und wir haben ein wunderschönes Häuschen. Ah, da kann man noch eine Menge mitmachen, ne? Also, wir sind ja jetzt gerade nur beim Rohbauen. Also, ich denke mal, im Laufe der Zeit können wir hier so richtig schöne Sachen machen. Also, das gefällt mir schon ganz gut. So, dann verballern wir die hier noch, die wir hier rumliegen haben. Dann können wir so eine richtig schöne Vogelhütte noch haben, wenn wir das möchten. Also, da kommt noch was zusammen. So. Und einmal hier schön. Da werden wir auf jeden Fall Fenster machen, weil das einfach ein wunderschöner Ausblick ist. Oh. Na komm, lass mich hoch. Komm schon. Ah, ja. Dankeschön. Also, das ist wirklich sehr schön, ne? Also, das ist schon... Vielleicht lassen wir einfach hier die zwei Seiten auf. Könnten wir auch noch machen. Aber mit der Terrasse ist das ja... Das macht einfach nur Lust auf mehr, ne? Da kann man sich stundenlang beschäftigen. Ne, komm, machen wir zu. Und dann bauen wir uns hier draußen so eine schöne Terrasse mit Blick. Diesen wunderschönen See mit den Flüssen. Und das ist schon gut. Das gefällt mir sehr gut. Wir müssen noch für viel Beleuchtung sorgen. Keine Frage. Komm, nimm die einfach mit. Können wir nachbauen. Ähm, für viel Beleuchtung müssen wir sorgen, damit das Ganze auch natürlich ein bisschen schick aussieht. Selbst abends, wenn wir dann wiederkommen von einer langen Loot-Tour. So. Und dann noch einmal hoch. Dann haben wir es auch fast geschafft. So. Sieht doch gut aus, ne? Ja, genau. Und dann schön mit der Seilwinde, sag ich euch. Das wird... Das wird noch ein bisschen kompliziert, glaube ich. Ähm, ich meine, wir haben es noch nie getestet. Aber ich meine, wir müssen halt A und B verbinden. Und dann müssen wir mal gucken, wie das dann... Was das damit auf sich hat, versteht sich, ne? Also, müssen wir halt wirklich mal schauen. Und eins und drei. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen dann. Jetzt haben wir hier so eine wunderschöne, riesige Palisade gebaut, die wir wieder abreißen. So. Zwei Stück fehlen noch. Die zwei liegen hier drinnen. Dankeschön, Calvin. Und es ist so angenehm, dass wir jemanden haben, der uns hilft, ne? Die ganzen Materialien zu beschaffen. Es ist richtig schön gemacht. Manchmal frage ich mich selbst. Und das ist ja das, was mich selbst dann auch so ein bisschen verwundert. Wo ist das denn hier eigentlich noch Early Access? Weil das ist, ähm... Klar, ein paar Sachen fehlen. Aber im Großen und Ganzen ist das doch richtig gut. Und siehe da, wir kriegen wieder Besucher. Na gut. Schönen guten Tag. Na? Wie geht's uns denn so? Na? Alles gut? Kommt ihr jetzt gerade nur so gucken? Oder was ist los? Weiß noch gar nicht so richtig genau. Ne, so schießen wir definitiv nicht. Wenn, dann schießen wir so. Ich meine, so von der Reichweite her. Wo ist denn hier der... Wo müssen wir hinzielen, ne? Das ist halt die Frage. Ja, tut schon gut weh, ne? Also Pfeil um Bogen, kann ich nur sagen, ist traumhaft gut. Wieder ein Beutelchen. Sehr schön. Gib mir die Pfeile bitte wieder. Danke. Dann kommt da alle mit. Oh, ist da sogar noch einer? Ja, ich weiß, ich sehe es. Komm, du machst ihn schon. Du schaffst das. Alles gut. Genau, einfach drauf. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht dann mit der Shotgun. Ich bin bei dir. Hab keine Angst. Genau, ja, kein. Also, bringen wir die eben zum Feuer. Und dann würde ich sagen, legen wir eben ein bisschen Inventar ab. Und dann schauen wir mal, was wir dann weitermachen. Das, was wir jetzt natürlich jetzt noch machen könnten, ist... Wir müssen mal eben gucken. Da wollte ich nicht rein. War ins Baumenü. Und zwar in den anderen Modus, denn wir brauchen noch was zum Lagern. Das ist viel zu viel, was wir hier haben. Knochenlager. Jedes Mal aufs Neue immer wieder halt verlieren. An Ressourcen, versteht sich. Deswegen werden wir hier jetzt nochmal ein paar bauen. Ich hoffe, dass die auch ein bisschen überleben. So, hier hatten wir noch einen hingestellt. Stöckchen, Stöckchen. Zack, 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 zack. Stöckchen, Stöckchen. Und den letzten schaffen wir leider nicht. Aber das kriegen wir ja hin. Das ist nicht das große Problem. Die Bäume hier in der Nähe, weiß ich gar nicht. Die sollten wir vielleicht doch abhacken. Weil ich wirklich absolut kein Fan davon bin, wenn ein Geborener bei uns reinspringt. Aber so sieht es doch gut aus. So. Und dann einmal das Knochen-Zeug rein, weil wir hier so viel, die da liegen haben. Das ist ja schon unnormal. Und ich meine 15 Stück können wir tragen. Und dann ist das auch voll, ne? So. Hi. Was denn erlegt? Gutes Mädchen. So. Zack, zack, zack. Da brauchen wir nix. Da liegt noch ein Schädel. Der kann auch mal ein bisschen weiter weg. Hier haben wir noch Knochen. Da ist noch ein kleinchen Knochen-Schädel. Okay. Ich glaube, dann sollten wir es wieder haben. So. Dann haben wir wieder jemanden, der uns ärgern möchte. Schönen guten Tag. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Oh, klasse. Hat er uns natürlich direkt mal geblockt, ne? Freige Schwein. Bleib doch hier mit deiner Rüstung. Du Ekel. Und jetzt läuft er weg, oder wie? Okay. Läuft er jetzt zurück in sein Lager? Vielleicht. Wer weiß. Gut. Gib mir mal zwei davon. Und dann geben wir mal eben kurz rein. Ach, wir hatten sogar noch welche. Ach, guck mal. Hier. Das ist doch ideal, ne? Huch. Da wollte ich nicht. Ich wollte Sachen reinlegen. So. Erst mal das lecker Happy Meal. Da können wir sogar gleich mal eine essen. Hier kommt die da raus. So. Erst mal das ganze Futter. Das behalten wir mal. Davon haben wir nicht so viel. Das behalten wir auch mal. Also so viel Schuss ist es nicht. Ich meine gut. 43 Millimeter Seilrutschenset kann da rein. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Aber hier. Ja, die ganzen Utensilien, die können weg. Ne? Also, ne. Das werden wir so schnell wieder finden. Das ist ja rucki zucki. So. Und die Mollis. Und die Wodka Flaschen kommen da direkt hin. Ähm. Ähm. Wie viel Draht haben wir? Drei Draht. 21 Klebeband. 21 Klebeband. 26 Stoff. Ich denke mal, das ist soweit eigentlich okay. Sieben Armbanduhren. Das passt. Die Fackeln können raus. Die brauchen wir nicht. Ich meine, gut, in der Höhle. Je nachdem schon. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Schmeißen wir sie raus. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Achso. Und jetzt bist du voll. Gut. Dann schmeißen wir die Snacks da oben rein. Ist voll. Haben wir hier noch eben die Möglichkeit, dass wir was reinlegen. Ähm. Ja, klar. Schädel können wir da reinlegen. Brauchen wir eh nicht. Die Planen können wir ablegen. Haben wir jetzt noch eine? Ja, das war noch eine, ne? Ähm. Was ist das denn? Okay. Drinks brauchen wir nicht. Die Medizin brauchen wir nicht. Ich denke, wir werden im Laufe der Zeit alles so wiederfinden. Gar kein Thema. Da werden wir uns jetzt gleich ein bisschen umgucken. Und schwuppsdiwupps haben wir, wie immer, die Tasche voll. Und zwar mit so ziemlich viel Zeug. Den Stoff legen wir mal weg. Wer weiß, wie viel Stoff wir noch finden. Ich meine, zehn Stoff können wir ja erstmal behalten. Ist ja nicht verkehrt. Klebeband 21. Können wir, denke ich, auch mal zehn Rollen oder elf Rollen rausschmeißen. Dann haben wir auch noch Platz für noch mehr. Sehr schön. Die können wir behalten. Die können wir behalten. Das sieht sonst, denke ich mal, ganz gut aus. Die Munition, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel wir tragen können. Das sieht ja schon sehr toll aus. Wir haben noch... Was haben wir noch? Neun 3D-gedruckte Pfeile. Eine Plane hätte ich gerne. Batterien. Eins, zwei, drei. Nehmen wir mal drei Batterien mit. Ja, sollten wir machen. Rotantenhaut hatten wir noch. Dann nehmen wir eben einen Bart. Nach dem Bad immer das Badewasser gurgeln. Haben wir noch was zu essen? Ja, dich wollten wir essen. Sehr gut. Gesundheitsmischung wäre neu. Bin ich mir nicht sicher. Taschenlampe ist die 3. Ich glaube, mehr brauchen wir erstmal nicht. Achso, voll. Wir sind mit irgendwas voll, dass wir die nicht öffnen können. Wo sind wir denn voll? Ich weiß nicht. Okay, was sagt die Uhrzeit? Ja, ist noch früh. Machen wir. Gehen wir nochmal eben kurz zum 3D-Drucker. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Auf dem Weg dahin können wir uns natürlich je nachdem ein bisschen Essen noch beschaffen. Oder gehen wir nochmal zum Heli. Der Heli hatte auch natürlich einige tolle Sachen dabei, die wir mitgehen lassen können. Wir haben über uns, hatten wir ja auch noch Sachen. Also ich meine, wir sind ja voll, ne? Warte, warte. Wir sind ja voll mit Stuff. War hier die Höhle auch direkt beim Heli mit dem 3D-Drucker? Höhle-Drucker? Leta, da ist das Problem, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann kommt man auch relativ schnell durcheinander. Wir sind schneller wie ein Reh. Das ist auch gut zu wissen. Ich weiß gar nichts, sonst müssen wir gleich mal reingehen. Ich wüsste es nicht. Ich glaube, das war die Höhle mit dem Drucker, aber ich bin mir unsicher. Irgendwo war auf jeden Fall eine Höhle. So. Ich meine, gut, klar. Es gibt mehr Höhlen, ne? Aber gehen wir nämlich eben kurz nochmal hoch zum Helipad, weil wir hatten ja neu geladen in der Session. Das heißt, da oben dürfen wir ohne Probleme Ups! Ah, komm schon. Ohne Probleme nochmal looten dürfen, da jetzt Frühling oder Sommer ist. I don't know. Sollten wir die Sachen, die wir hier haben, auch mitnehmen. Na, da haben wir ein bisschen Medizin. Das ist ganz gut. Hier hatten wir ja nichts. Vielleicht finden wir jetzt noch ein bisschen Granate, Sprengstoff. Ideal. Noch ein bisschen mehr Medizin. Ich glaube, am Ende ist man so und so wieder voll. Ich meine, da kann man looten, so viel man will. Eigentlich haben wir gar keine Probleme. 9mm-Moni. Ich frage mich, ob wir eine zweite Pistole finden. Also jetzt ehrlich, weil wir haben unsere abgegeben, aber die ist doch nicht nur für die Virginia. Vielleicht sollten wir auch nochmal, ja, vielleicht sollten wir das tun. Vielleicht sollten wir nochmal, ähm, feiern ich noch irgendwo eine? Nee, die hatten wir, die versteckte? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht noch eine. Ähm, nochmal zu dem Schlauchboot und findet man vielleicht eine zweite, versteht sich, ne? Gut. Ähm, hier irgendwo ist die Höhle. Genau, hier ist die Höhle. So, war das die Höhle mit dem 3D-Drucker, frage ich mich? War es die? Oder war es sie nicht? Ich weiß, ehrlich gesagt nicht. Kann man drinnen zelten? Wir probieren es mal aus. Wir gehen mal rein. Let's go. Was soll passieren? Wir hatten gespeichert. Ist ja nur ein Fortschritt von 5,5 Minuten dann weg. Deswegen, alles gut. Wir haben hier Essen, Essen, nam nam nam, richtig. Wir haben hier mehrere Uhren. Nee, ich glaube, hier waren wir schon drinnen. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, hier waren wir schon drinnen. Das ist nämlich das Problem, wenn wir nicht wissen, wo wir gewesen sind und wo doch, ne? Ist ja das Doofe daran. Gibt mir mal dich. Achso, dann machst du das. Ja, alles klar. Dann drücken wir die 3. Wir gehen mal eben gucken, ob ich mich erinnern kann, ob wir hier drinnen gewesen sind. Ach doch, hier waren wir, ne? Das ist das hier unten. Ja, nee, okay, alles klar. Hier waren wir drinnen. So. Check. Hammer. Hier unten waren wir drinnen. Hier hatten wir die, das Seil-Ding gefunden oder was das gewesen ist. Also kann sein. Aber ich meine, wir waren hier drinnen. Damit es uns das nicht nochmal passiert, machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir brauchen ein Stock. Habe ich mich recht da erinnert? Den Stock können wir dann hier hinstellen. An den Stock können wir laut Bild etwas drum wickeln. Und dann könnten wir mit dem Feuerzeug anzünden. Was ist das denn? Ähm, ja. Achso, da steht's. Anzünden. Alles klar. So. Also, jedes Mal, wenn wir da so ein Ding halt dran bauen, ähm, wissen wir, okay, ne, da sind wir gewesen. Damit wir das mal, damit wir da nicht irgendwie immer Verwechslung haben. So. Wo haben wir noch etwas? Das heißt, das war die Höhle, wo wir das gefunden haben. Dann ist, äh, lass mich gucken und lass mich überlegen. Dann war der Drucker da unten in der Höhle. Richtig? Ich glaube es zumindest. Waren wir eigentlich hier schon mal? Gehen wir unsicher. Ich bin noch am Fluss entlang. Boah, gibt es hier viele Rehe? Hi! Tut mir leid. Leid. War halt so weise. Nehmen wir die Haut mit, nehmen wir das Fleisch mit, haben wir unterwegs was zu essen. Boah. Tut mir so leid. Können wir ja einfach mal am Fluss entlang gehen. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. der Population der Rähchen tut es jetzt auch nicht weh, sag ich mal, ne? Das ist schon, ist schon richtig gut. Nö, aber wir haben wir, glaube ich, auch nichts, ne? Zumindest nichts Tolles. Oder habe ich jetzt was übersehen? Habt ihr was gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier könnten wir auch noch bauen. Achso. Oh. Oh. Was ist das hier? Hallo. Blumen. Ollis. Da sind wir hier schon mal. Ganz viel Zeug. Wir dürfen speichern. Ist natürlich super gut. Ich habe eine Uhr, dieses, jenes. Seile entdecke ich sofort. Sehr schön. Oh. Da sind wir direkt schon wieder voll. So schnell geht es nämlich. Ja, Stöcke können wir eigentlich immer mitnehmen. Wir haben mal ein hier schönes. Einen Dosenöffner. Ich fasse es nicht. Wir können die Dosen öffnen. Ganz viele Golfbälle. Was habt ihr denn hier schönes gemacht? Oh, der hat ja einen Golfball im Mund. Was haben wir denn hier schickes? Äh, Hank. Ähm. Du hast all die ganze Zeit einen Golfkurs. Äh, 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 äh. Mhm. Was? Irgendwie Golf spielen? Warum wollen die Golf spielen hier? Seid ihr crazy? Wir speichern mal vorsichtshalber. Dün, 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 dün. Da kommt man auf eine verlassene Insel irgendwo um nirgendwo und will dann anfangen, Golf zu spielen. Versteht ihr? Das ist halt... Kann man machen. Ähm, dich, 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 dich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann kombinier mal. Dann bauen wir uns mal Mollis. Ich denke mal, wir können sechs tragen. Das sieht gut aus. Yes. Yes. Wir sind da, glaube ich, voll, oder? Ich nehm mal mit. Ich nehm mal mit. Wir dürfen die Dosen öffnen. Nice. Heiß. Das können wir nicht mitnehmen. Oh, ist das cool. Gut. Was haben wir noch hier in der Gegend? Wieder so eine wunderschöne Location. Das ist halt... Mh. Mh. Lache ich euch. Einfach nur schön. Deswegen, wenn man so ein bisschen auf den Wegen bleibt, dann kommt das, glaube ich, ganz gut. Da kann man echt ne Menge entdecken. Weil man muss halt nur in aller Ruhe auch sich mal ein bisschen umgucken. Das ist ja eine Frage der Zeit, verliebt sich. Also, dann gehen wir mal hier ein bisschen rum. Und dann gucken wir mal. Da meine ich irgendwo hier unten. Wenn ich jetzt nicht alles täusche. Genau, da warst du. Und hier war der Eingang, ne? Und das hier ist die Höhle zu dem 3D-Drucker. So, die ist richtig? Es ist schwer halt, sich das alles zu merken, ne? Es ist schwer, sich alles zu merken. Mal eben Feuer. Oder? Das ist doch die Höhle. Ja, das ist sie. Da. Tada! Und hier haben wir auch gar keine Gegner drin, ne? Was mich ein bisschen wundert. Aber bitte. Da will ich gar nichts sagen. Da haben wir noch Kleber. Wie lange das so bleibt? Gerne. So, gib her den ganzen Stuff. Und dich brauchen wir. Und wie viele hatten wir noch drin? 149. Da haben wir noch Draht. Noch mehr. Oh ja, stimmt. Batterien gab es hier auch. Das müssen wir uns merken. Ganz viele wunderbare Pfeile. Können wir nochmal speichern. Ja, bitte. Pfeile. Druck und Pfeile. Da könnten wir eigentlich auch mal eben kurz rüberlaufen. Weil der ist ja hier gerade am Drucken. Ich denke mal, das dürfen wir machen. Kann auch sein, dass die jetzt gleich weg despawnen. Oder wie man es nennen möchte. Weil wir hatten hier eine Uhr. Und hier war meine ich auch noch irgendwas. Ach ja, stimmt. Wir brauchten diese Karten. Keine Ahnung. Diese Karten halt. Bleiben wir dabei. Diese Karten. So, einmal zurück. Und dann hoffen wir mal, dass die jetzt da sind. Und siehe da. Sie sind da. Sehr nice. Und noch mehr Pfeile. Lass mal eben kurz gucken, wie viele Pfeilchen haben wir denn? 14. Dann reicht das ja eigentlich. Ja, das reicht schon. Wir haben eine Pistole. Das Betäubungsgewehr ist natürlich auch cool. Also müssen wir mal gucken. So, dann werden wir hier mal auffüllen. Machen wir 500 noch was. Trinkflasche, Maske, Enterhaken. Ja, genau. Machen wir hier noch ein bisschen Tech-Mech. Damit wir vielleicht diese besondere, komische Rüstung da kriegen. Aber wir können mit der nicht zielen. Doof. Aber okay. Das sieht soweit gut aus. Katzenfutter, Seilrutschen-Set. Tierhautrüstung. Okay. Stark. Dankeschön. Und weil du so nett bist, darfst du auch gerne noch eins herstellen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass wir komplett mit diesem Set rumlaufen. Aber es sind halt 10 mal 250 Milliliter, ne? Also das ist schon nicht wenig. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Dankeschön. So, vorsichtshalber nochmal abgespeichert. Obwohl. Wie viel haben wir? Aber wir haben schon spät, ne? Wir speichern mal. Ja, bitte. Und wir werden mal schlafen. Wenn wir um 5 Uhr schlafen gehen, haben wir morgens 6 Uhr draußen. Das passt. Das passt. Das ist auf jeden Fall auch schon okay. So, dann einmal raus. Ach, ist das hier schon das Ende? Dann machen wir draus ein Feuerchen, trinken was, brutzeln uns ein Fleisch. Das ist ja gar kein Thema. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Eben kurz trinken. Schön. Ähm, gib uns doch mal, bitte sei so nett, gib uns mal hier so ein Feuerchen. Das könnten wir sogar hier irgendwie vor der Höhle machen. So wie hier zum Beispiel. Ne, so nicht. Das war nicht geplant. So. Yes. Und einmal anzünden. Sehr schön. Damit das auch ein richtig gutes Feuer ist, werden wir hier jetzt drumherum, gerade einen Waldbrand auslösen. Das wollte ich eigentlich nicht. So, tada. Dann haben wir nämlich das. Oh, Aloe Vera. Nice. So ein paar Stöckchen mit ranholen. Wir könnten hier auch eben den Baum fällen. Dann machen wir uns ein richtig starkes Feuer. Das ist gut. Denn wenn wir uns nämlich hier so einen Baumstumpf nehmen, könnten wir uns, wenn er nicht abhaut, hier so ein Viertel rausschlagen. Das kann man... Ne, kann man nicht. Müssen wir nochmal halbieren. Huch. Bleib mal stehen. Komm schon. Hey. Stopp jetzt. Wie kriegen wir das hin? Kann ich den auch so hinstellen? Dann halbieren? Halbieren? Äh, nein. Okay. Das geht nicht. Huch. Wollte ich gar nicht. Dass er halt die ganze Zeit doof wegrollt, ne? Das ärgert mich. Was wissen wir nicht, dich so? Dann schmeiß den genau andersrum, ne? Aber er bleibt ein Wunder. Wir haben Feuerholz. Dann können wir das nämlich da reinlegen und dann haben wir ein richtig gutes Feuerholz. So, guck mal. Gut. Rein mit dem Fleisch. Brutzel, brutzel. Da haben wir ordentlich was. In der Zeit könnten wir mir eben kurz gucken, die Mutantenrüstung. Wie viele haben wir davon noch? Eine. Oh, 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 oh. Ja, eine. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ja, da hinten ist wieder... Brüssel. Willst du mit ins Feuer? Die ist lecker essen. Ja, genau dich meine ich. Das sind so richtige Schleicher, ne? Also... So, das Essen sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, schau mal. So, dann mal eben kurz noch einen Snack reingehauen. Und dann müssen wir mal gucken, welche Höhle... Was haben wir denn noch? Wir haben da oben die Höhle, ne? Da könnten wir hingehen. Ähm... Ich weiß, dass wir hier unten noch irgendwelche Sachen hatten, die wir looten könnten. Ähm... Die Möglichkeit haben wir. Ne? Das war ja irgendwo hier... Ja, oder? War das hier? Ich bin gerade unsicher. Glöckchen brauchen wir immer. Ich weiß, dass wir hier irgendwo in der Nähe etwas hatten. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo. Äh, da... Die Höhle müssen wir uns nicht markieren. Da wissen wir ja jetzt, wo sie ist, ne? Versteht sich. Ei! Naja... Geht's nicht rum. Ähm... Ne, weiß ich nicht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir hier etwas gehabt haben. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade extrem täusche. Hm. Okay. Ne. Dann gehen wir einfach weiter. Na? Haust du ab? Ich hack dich, ne? Hau ab. Äh... Wir wollen... Genau. Wir wollen da oben hoch, ne? Hm? Na, Moment. Ich glaube, das ist die Höhle. Da waren wir noch nicht drin. Müssen wir halt mal schauen. Hm. Und ansonsten müssten wir halt einfach mal ein bisschen mit unserer netten Freundin rumlaufen. Die zeigt uns ja immer ab und zu ein paar Geheimnisse. Es kann ja sein, dass sie uns auch etwas zeigen möchte. Wo wir, ähm... Auch einen Höhleneingang haben. Also die Virginia macht sich ja auf sich aufmerksam. Wenn sie etwas hat, was uns zeigen möchte. Find ich schon ganz cool. Auf dem Weg hier auf jeden Fall noch Stöcke und so einsammeln. Was war das? Oh Gott. Da hab ich mich gerade erschossen. Bin ich zum Wiedernichts. Ja, ich glaube, da oben geht's hoch, ne? Da. Ja. Das ist jetzt die nächste Höhle, die wir uns angucken werden. Richtung Gebirge. Ist das richtig? Ja, Richtung Gebirge. Ähm. War man in der Höhle unten am Strand? Ich glaube, da waren wir, ne? Wir gehen jetzt einfach mal hier oben in die Höhle Richtung Gebirge. Und dann gucken wir uns noch die anderen Höhlen an. Ich meine... Mehr außer... Erkunden... Können wir ja eh nicht machen. Ne? Also... Wer weiß, was wir noch alles finden. Ach genau. Und die Kack-Schaufel brauchen wir. Da war ja auch noch was. Ach, da bist du jetzt. Ach so. Wir sind wieder in der Base. Ja. Ich bin auch ein Edi. Ja, manchmal ist... Manchmal ist es schwer mit Sanku. Manchmal ist es schwer. Hallo. Was bringt's mir denn wieder Schönes, meine Liebelein? Was ist denn da leckeres? Dankeschön. Das lieb von dir. Brombeeren. Ja. Danke. Manchmal ist es auch schwer. So. Da oben wollen wir hin, ne? Na? Wie geht's uns denn heute so? Vor allem, die sind auch so schnell, ne? Ich bin mal gespannt, was wir hier oben finden. Ui. Ui. Kennen wir das hier oben schon? Glaube nicht, ne? Ne, ne. Die lassen wir in Ruhe lieber, ne? Sonst kommen immer mehr von denen zu uns. Deswegen, ne, ne. Lassen wir die ruhig mal in aller Ruhe da. So ihr, 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 ihre Sachen machen. Gleich jetzt mal, ne? Wir müssen, glaube ich, einmal die Seite wechseln. Hier gibt es irgendwo einen Weg. Ja, tatsächlich. Hier gibt's einen Weg. Aber der ist auch sehr schön bei denen, ne? Schaut mal. Der ist auch sehr schön bei denen gemacht worden. So, die Ansicht reicht schon. Irgendwo da oben geht's wohl durch. Also, rucki, zucki, den Berg hoch. Können wir euch noch mitnehmen? Ne. Ich weiß gar nicht, was wir mit den ganzen Kirschen und Co. machen können. Wo ist das denn? Ist das hier oder ist das oben? Waren wir hier nicht schon mal? Sind die auf jeden Fall schon mal entlang gelaufen, oder? Oh, diese Welt. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Gehen wir mal, folgen wir einfach mal den Weg. Wir werden schon irgendwas finden. Hm. Waren wir hier schon mal? Money, money, money. Bisschen Tuch. Was hängt hier denn hier so ab? Oh, ne Schleuder. Schleuder. Ist die Schleuder super? Oder was, was ist mit der Schleuder? So, und wir waren hier noch nicht. Ja, dann. Halleluja. Ah je. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, so richtig freuen, tue ich mich natürlich persönlich nicht. Also, es ist ja, ähm. Ne, ich glaube, das ist ja verständlich. Oh. Ist gut. Oh. Ach so, mit dem Seilgewehr können wir da rüber. Boah, ich weiß ja nicht. Da unten liegt auch noch was. Ein Sauerstofftank. Können wir hier tauchen, oder? Yeah, ich bin versteckt. Ja, Sauerstofftank ist super, ne? Dann können wir... Boah, ach nee. Ach nee. Können wir nicht, ne? Doch, wir könnten in den Seen mal tauchen gehen, ne? Das ist doch machbar, oder nicht? Guck mal, was da noch dran? No! Ich wollte das Tuch haben. Hilfe! Oh je. Ne. Drei. Na, mein Freund? Was hast du denn hier gemacht? Bäh, die Laptops angeguckt. Bestimmt so kurz vorm Schluss noch ein bisschen YouTube, ne? Hm. Naja, ich bin ehrlich. Wenn alles verloren ist... ...ich Internet hätte... ...würde auch noch ein bisschen zocken. Oh. Hab ich was gehört? Ach so, wir könnten sogar hier zurück. Ah, ich verstehe. Und wir müssen tauchen. Leder-Mäuse an, ey. Ach, jetzt verstehe ich das. Alles klar. Alles klar. Gucken wir uns noch ein bisschen um, bevor wir ins Wasser gehen. Ich bin natürlich eigentlich ein bisschen auch mulmig, wenn wir ins Wasser gehen. Weil wir wissen, da gibt es auch andere tolle Kreaturen, die ich so wirklich gar nicht gut leiten kann. Hey. Lass mich mal hier raus. Okay. Okay. Jetzt sehe ich aber nichts. Scheint ja anscheinend alles ruhig zu sein. Ein bisschen Seil. So ein bisschen Schädel. Aber mehr war jetzt nicht dabei, oder? Könnten wir hier noch entlang gehen. Aber es sieht nach nichts aus. Okay. Gucken wir uns mal um. Oh, genau. In der Mitte ein riesiges, tiefes Loch, ne? Planschi, Planschi. Ja, gut. Dann... Können wir ja eh nichts machen, ne? Außer tauchen. Oh, dann bin ich ja froh, dass wir die Taucherrüstung haben. Huch, wo geht's denn hier lang? Komm mal. Und wir haben ja Flaschen. Die waren aber unter Wasser irgendwie nicht, äh... Ne, können wir nicht. Ich glaube, die müssen wir im Inventar dann irgendwie auffüllen. Boah, ich hätte so Angst. Also tauchen ist ja eine ganz schöne Sache, ne? Ich meine, ich hab's auch schon gemacht. Aber ich hätte so Schiss, sag ich euch. Oh, hallo. Na? Aber die können doch eigentlich nicht schwimmen, ne? Gib mir deine Haut. Da ist noch mehr? Ist da noch mehr? Ach, ne, jetzt sind wieder irgendwelche komischen Steine, ne? Kann man hier eigentlich trinken? Ne. In den Höhlen können wir nicht trinken. Hallo? Ja, ich weiß. Du hast Probleme. Deswegen sind wir ja hier. Damit wir dir helfen. Die Batterie geht gleich leer, ne? Ich geh mal nicht weiter, weil da hab ich ja richtig Schiss drauf. Also das ist, ähm... Ne, 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 ne. Das machen wir nicht. Also ohne Licht hier durch, ne, da bin ich dann verloren. Da ist dann vorbei. So. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut. Dann machen wir gleich weiter. Dann machen wir wieder dann gleich weiter.